und jetzt müssen wir ein bisschen was kräften ein bisschen was jetzt wird schon wieder dunkel ne ok als erstes brauchen wir einen neuen reaktor die brauchen wir sowieso da kommen wir nicht drum rum also noch mal ein reaktor dafür brauchen wir davon habe ich jetzt schon ein paar gemacht die nicht reichen werden sechs reichen nicht macht ja nix gibt mir davon mal drei stacks stellen wir den so ein und die kannst du mal eben durch ja der hat auch fünf updates hat geht ja auch recht flott 31 ist genau eine zu wenig irgendwie ist ja quatsch wir haben doch noch welche hier dann haben wir vier davon davon werden wir auf jeden fall auch noch ein stack durchjagen wegen der sicherheit brauchen wir ja auch noch das werden wir jetzt verbrauchen vier das reicht auf jeden fall dann brauchen wir einen generator den haben wir auch natürlich die dance und advanced ok vielleicht haben wir da hinten noch welche drin kann sein 20 toll ich weiß auf jeden fall dass der chris der kompressor 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 macht die erstmal der chris hat auf jeden fall noch so ein bisschen lied gemacht ich wollte was essen ach guck mal hier unser unser ja zack 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 sofort platt kommen gucken vielleicht hat der schon wieder was rein gehauen hier ach so der ist noch mit eisen zugange schade oh nabend zusammen ramschein freddy ich weiß immer noch mittlerweile kommt es ja schon so regelmäßig ne ich bin gar nicht allein der chris ist rauchen ich glaube der ist rauchen ja lass ihn rauchen und dann ist er gleich wieder da der hat eben hier nur ärger gemacht der hat das tor zur hölle eröffnet und ist äh ich weiß gar nicht wie oft er gestorben ist aber er ist oft gestorben vier er reicht vier nicht vier reicht advanced circuit glücklich sein lange sind wir hier nicht mehr glücklich auf jeden fall macht er was das ist schon mal schön dann lass uns einen neuen block craften zack 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 und schon hast du wieder einen Reaktor wie einfach das ist wenn man erstmal Material hat ne da haben wir schon unseren Reaktor das ist schön hm hatte ich hier nicht noch irgendwo eine Kiste so eine einfache Kiste würde mir ja erstmal reichen aber ist egal die können wir uns auch von da hinten nehmen nehmen wo wir unseren Kram lassen können wo wir unseren Kram lassen können ja nehmen wir das schöne so ich bin wieder da siehste 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 freddy da ist er hä hä wer der freddy hat dich äh vielleicht schon vermisst ich weiß es nicht genau echt rami ist da grüß dich rami steini freddy freddy grüger ist ein freund von mir freddy 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 Hacke, geprellte und geschnorte sind die beste Sorte. Ey, das ist doch gut. Ey, das ist gar nicht so schlecht, ey. Das müssen wir echt merken. Nein, Freddy, ich rauche normalerweise eh Zigarette. Ja, aber ich sage mal zur Zeit, ich rauche nur ab und zu. Ab und zu kannst du auch nicht sagen, das ist schon zu viel wieder geworden. Ich stopfe. Ja, in sich hinein. Wo ist das Zeugzeug denn jetzt? Das heißt doch wahrscheinlich, der ist das hier. Lead Block, ist der das? Nee, nee, der ist das nicht. Was, Grafikkarte? Ich bin froh, wenn ich meine Grafikkarte wieder habe, meinst du bestimmt? Ach ja, du hast ja ein Problem mit die Grafikkarte. Grafikkarte, Grafikkarte. Au, 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 au. Der ist das. Davon braucht man einen Sack voll. Davon braucht man einen Sack voll. Aber davon brauchen wir wirklich einen Sack voll. Davon brauchen wir wirklich einen Sack voll. Ach so, richtig. So einen richtigen fetten Nikolaus-Sack voll. Ein Nikolaus? Ich weiß nicht, wie viel wir da zusammenkriegen lassen. Mal gucken. Alter, da sind Hekt... Alter, da ist echt die Hölle los hier unten bei mir. Das werden ja am Ende nur 64. Das ist alles zu wenig. Das ist alles noch viel zu wenig. Ich mache jetzt hier den Material-Burner, hör mal. Ich werde jetzt Blei verbrauchen bis zum Abwinken. Nee, ne? Oh, das macht Spaß. Wie du wirst Blei verbrauchen? Blei, 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 Blei. Blei, 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 Blei. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Und ich glaube, wir werden auch noch direkt mal ein bisschen Steiner machen. Ich brauche Blei. Vor allen Dingen brauche ich Blei. Und, äh... Blei. Aber ein bisschen Blei brauche ich auch noch. Aber ansonsten eigentlich nichts. Was ist denn jetzt? Lager, oder was ist das Scheiße? Hä, 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 hä. Ah, das macht Spaß. Oh, richtig schön, ja. Ich werde es mit solchen Löcherhunden machen. Vor allem raus, also ich muss die ganze Scheiße holen. Nee, du siehst das falsch. Wenn du das Lager so voll pumpst, dann muss ja einer zusehen, dass der Scheiße auch wieder wegkommt. Das schwöre ich dir. Ich werde jetzt so pumpen, Alter. Da bist du... Das schaffst du gar nicht alles wegzuholen. Scheiße ist, dass der das jetzt irgendwo hier hinlegt. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Der soll das... Irgendwo da hinlegen, wo ich jetzt auch wieder finde. Das ist alles durcheinander hier. Der ganze Scheiße ist durcheinander. Das gehört sich doch so nicht, Mann. Okay, da ist eh zu... Ich muss nur neu, äh... Link suchen, wo ich jetzt neu farme, ey. Das ist scheiße, ich weiß nicht mal wo. So, lass mir mal das Blei da hinlegen. Oh, hau doch mal ab, du Scheiße, ey. Kannst du mal einen anderen ärgern, ey, statt mich? Oh Mann, das dauert... Bo... Vielleicht hätte ich mir das Rezept doch anders machen sollen, dass ich das, äh... Ne, Universalfluid-Zell bringt überhaupt nix. Guck. Eine. Eins, eins Kulanz-Zell. Aber weißt du was? Äh, 120 Grad, aber das ist nicht gut, wenn der Graf-Card 120 Grad kriegt. Oh, 120 Grad könnte sein, dass das, äh... ein paar Grad zu viel sind. Ja, ein paar, ja. Also, ich... Meine Grafikkarte, die ich jetzt hier drin hab, die kommt... Ach, die kommt noch nicht einmal, Alter, die... Da springen noch nicht einmal Ventilatoren an. Egal, was ich wieder. Also, da muss ich sagen, die ist echt super. Also, meine ist auch... ...eigentlich recht ruhig. Ja. Aber der Freddy hat ja schon immer ein Grafikkarten-Problem. Also, zumindest so lange, wie ich ihn kenn. Hä? Ja, wollte ich grad sagen, bei Freddy weiß ich nicht mal Grafikkarte, oder was? Weiß ich mal ein Thema. Wie sieht das eigentlich aus? Guck mal, der ist schon... Die sind schon beide auf eine Stunde 34 jetzt, oder? Zwei Reaktoren, die mit 120 powern. Ausbauende Fingerverbrennern. Aber... Ja, Freddy. Der Teil ist fast voll. Da ist irgendwas falsch. Dann würd ich mal eine andere Grafikkarte nehmen. Würde ich mal sagen. Ich muss mir die Fenster grad mal hier ein bisschen anders anordnen, damit ich hier alles sehen kann. So. Ähm... Wenn du den passenden Rechner fährst, dann ist das ja... Okay, die 1080. Dafür brauchst du auch den passenden Rechner, ne? Das weißt du ja, ne? Warum liegt das hier eigentlich? So, da legst du mir die hin. So, können wir... Ne, ich brauch ja noch einen Stack. Fällt mir gerade mal auf. Ähm... Ne, eine noch. So, jetzt können wir auf jeden Fall... Wenn ich das noch richtig ein Köpfchen hab. Vielleicht kommt da ja auch mehr raus. Ich weiß es gar nicht. Ah, da kommen jeweils vier raus. Ja, guck... Ach, ach Gott. So viel hätte ich ja gar nicht gebraucht. Höre. Ist doch schön. Das ist doch schön. Haben wir welche auf Halde? Dann, äh... Hat sich das alles schon wieder erledigt? Hm... Dann haben wir auf jeden Fall genug. So, die halten wir fest. Wunderbar. Dann brauchen wir auf jeden Fall... Das Ding. Okay. Okay. Das heißt, wir machen so... Und so. Kriegen wir auch einen raus. Lass uns zwei machen. Exzess brauchen wir bestimmt auch den einen oder anderen. So eine scheiß Luke. Haben wir die noch? Die müsste, wenn, dann bei Holzsachen sein. Natürlich nicht. Holz haben wir noch. Jetzt nur die Frage, wie diese Luke geht. Wenn wir noch mal gehen. Zwei. Machen wir uns auch zwei von der Exzess-Hedge. Brauchen wir mehr als zwei. Lass uns vier machen. Ist nicht verkehrt. Vier Stück davon. Ähm... Redstone-Port haben wir, ne? Exzess-Hedge haben. Oh... Oh, nein. Was ist jetzt wieder? Das ist jetzt nicht wahr, ne? Wo kam der Griper her? Mich interessiert eigentlich nur, wo... Wo warst du, als er kam? Unten. Ah, unten ist okay für mich. Alter, wo kam der her? Schön, 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 schön. Das ist gut. Dann suchen wir uns jetzt schon mal ein Plätzchen, wo das Ding hinkommt. Ein paar mehr nehmen. Wie viel Platz lassen wir vor der Wand? Zwei, drei. Lassen wir drei Platz. Da ist die Mitte. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Das... Oh, so steht der gut. Eins, zwei, drei, vier. Ist das die Größe, die ich brauche? Ich glaube, ja. So soll es sein. Eins, zwei, drei, vier. Ne, eins zu wenig. Drei, drei, vier, fünf. Alter, ich war ja mein Schwert geklaut, ey. So soll es sein. So soll es sein. Der schreibt uns hier Romane. Ich kann gar nicht... Ich schaufe achtend gerade. Ich kann das gar nicht alles lesen, Freddy. Die Zeit habe ich ja gerade gar nicht, Mann. Ach, aber jetzt funktioniert das. Dann steht er doch wieder im Chat. Ich sehe das, ich sehe das nicht auf meinem Bildschirm. Das sehen nur die anderen Leute, die zugucken, wollte ich dir noch sagen. Ja, und wo dann am Ende die Anschlüsse und so weiter hinkommen, das weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich mir noch völlig unsicher. Boah, ey. Man könnte zum Beispiel den Stromanschluss hier von hinten machen. Könnte man ganz gut hier hinlegen. So. Dann wird hier der Strom reinkommen. Und von hier aus müssen wir uns wieder durchbuddeln. Lösch'n, lösch'n. Oh, ist das dunkel hier. Ja, ich habe jetzt nur keinen Bock, das Bild alles auszuheben hier. Weil solange die Erde ist, ist es halt ja noch schön, ne? Erde ist noch okay, aber mehr auch nicht. Boah. Boah. So. Kann ich dir gerade nicht sagen. Weil Lapis werde ich auch noch ein bisschen was brauchen. Aber gerade, weil ich jetzt hier hinaus sehe, wie ich Schrottkästen kriege. Da werde ich mal ein bisschen zerlegen. Ja, toll. Aber das Ding ist immer unheimlich schnell leer, wenn du damit Erde weg machst, ey. Na gut, ey. Nix macht schneller Erde weg als ein Diamond Drill, ehrlich. Ja. Kommt hoch, das kommt hoch. Das. 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 Das wird verbrannt. Wird auch verbrannt. Wird auch verbrannt. Wird auch verbrannt. Das, 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 das. Am Ende, am Ende, Freddy, wird die Folge ja hier auch auf YouTube hochgeladen. Und deshalb will man ja auch nicht ständig nur den Chat lesen. Kann ich ja jetzt auch nicht. Deshalb sei mir nicht böse, wenn ich da jetzt nicht ständig hinguck. Ich kann ja jetzt auch nicht ständig sein. mein hauptstrom da aus weniger strom hauen dass ich hier irgendwas weg kloppert nicht weg soll was ja klar ist ja wie gut warum sollte nicht da sein du hörst mich doch oder ich glaub der meinte dass das du noch auch zuguckst bei mir quasi ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher aber ehrlich gesagt ready die zahlen die da immer so stehen den vertraue ich schon lange nicht mehr weil irgendwie funktioniert hat nicht kann gerade wirklich nicht sagen wie viele leute zu gucken kannst du sein das können möglicherweise auch eine andere sein ich weiß es nicht so jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr ich hab einen diamant drin gehabt in der kiste gehabt du hast ihn nicht mehr die kannst du anziehen die können dir irgendwelche fähigkeiten verleihen die dinger wer diese ringe diamant ganz normal diamant ach so nur ich habe verstanden diamant ring und da sind wir wieder in unserem alten gang das war schon wieder leer ey ich hab den gerade aufgefüllt den drill jetzt noch wieder leer ist es wahr da ist jetzt ab und nach oben knochen kommt auch nach oben das und breiten staub auch und brot kommt nach oben alles anders ganz ehrlich freddie wenn ich eine grafikkarte gekauft hätte 1000 stress mit hatte dann dann umtauschen und fertig dann sollen sie dir entweder eine neue schicken oder geld zurück und ist gut genau lass dich doch nicht verarschen von denen da die neue gekauft das gerade dann hast du dann ist hat dein gutes recht was erwarten von der grafikkarte die drauf für 300 euro grafikkarte erwarte ich ganz ehrlich sagen ist einfach so 300 euro also ich bitte dich das sind umgerechnet 600 mark ich weiß nicht ob man auch so rechnen kann mein voller rechnet ja auch immer nur so ich rechne immer noch so das ist ja alles schon sehr lange her ja ist mir egal kommt ein noch hier dann ist das bis zur kante und fertig wenn ich schon dabei bin und dann kräften mal wieder hört irgendwas werden wir den platz schon verbraten können wenn sie platz bei einem laba eimer brauchen echt nach mein jackpeck wollte ich da haben ich verpiss mich jetzt hier aus aus die höhe alter ist ja nicht normal alter die andere wand steilig auch noch weg aber egal ich hoffe dass der helfe noch da oben drüber was von oben gemacht bis jetzt vor einiger chance ich komme echt nicht weiter gerade könnte heller sein sagen wir zu aber egal man könnte vielleicht mal ein paar von diesen lampen kräften die sind ja eigentlich auch ganz nett was kostet die denn na toll kein rezept doch da wird das rezept was ach so boh ok nur was zum weit weiß werden und redstone lamp ja da brauchst du für glowstone für ja ich werde auch jetzt mal gleich unter das geht ja nicht alles arbeitete wie viele dias haben wir hier 19 ach alter hast du den baum hier gesehen ne hier draußen da hat er doch schon auch schon wieder reingezogen guck mal das dürfte überhaupt nicht sein dass da so viele drin sind na gut es sei denn da wurde nichts gecraftet äh wieso wo wo denn hat er sich geändert ne guck mal hier aus die türe raus alter hä? was hast du dort gepflanzt? ja ich brauch doch holz geil ja wieso ist doch normal dass das dann irgendwann so ist so haben wir das doch früher immer gemacht was ist denn mit dir los? ja hallo äh das sieht jetzt aber geil aus so was wir brauchen eigentlich brauchen wir das nicht weil wir so was haben hier ein multi ne doch die brauchen wir auch multipurpose scanning machine ähm ich mach da aber ne neue von extra exklusiv da für das dingen und das ist ja auch mal irgendwie ziemlich popelig jetzt bei kleines holz auch holz aber ganz anderes holz boah jetzt im so wegkling w îh Wirk things, wirk. Wirk. Flasen. So, ZIN, ein Electronic Circuit habe ich gesehen, ein, warum legt ihr die so ab. Da knackt ich satt. Das ist wahrscheinlich so. Dann haben wir die. Und dann brauchen wir. Oh nein, nein, nein. Das ist nach oben. Oh. Empty cells. Heat-Kontakte haben wir noch. Davon machen wir auch, ich weiß noch nicht wie viele. Alter, jetzt hat er hier Gebäude gebaut und will er mich veräppeln? Kann das halt mir gerade verarschen jetzt? Ich wollte mir ne Kneipe bauen. Alter, ich bin krank gestern, Alter, das zieht bei mir nicht. Was, Kneipe bauen? Oh Kneipe. Egal, jetzt zieh ich ein bisschen weiter nach da, da geht das auch. Das ganze Holz hier rein, was brauche ich dafür? Essen geht auch rein. Ach, machst du das Teil jetzt? Wärmeaustauscher? 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 Nee, ist kein Wärmeaustauscher. Kann man jetzt nicht unbedingt so sagen. Hä? Ach, guck mal. Da braucht's ja auch zu essen. Warte, aha. Ach. 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 yok, da ist eine Seksalwege gestest. Ach. Ha, ha, ha. Ach. Pffp. das sieht aber jetzt muss blöcke machen unten sehe ich gerade so was wollten wir machen ein liquid heat exchanger also wir haben wir haben auf jeden fall ein paar von den dingen ich würde sagen wir machen drei empty cells haben wir auch glas habe ich müsste klappen welcher ist das denn da hinten aber ich habe ist das denn da drei stück drei sollten erst mal reichen weiß noch nicht wie ich sie hinstellen soll aber sterling generator sterling generator den hier brauchst du auch wieder die dinger für also machen wir ich sag jetzt mal auch mal drei von 123 und wahrscheinlich haben wir da nicht mehr genug von das heißt der kommt dahin die kommen dahin von denen müssen wir uns auf jeden fall noch welche machen gummi also ich werde jetzt wieder eisen blöcke machen weil sonst aber echt probleme okay haben wir so viel eisen ja guck mal da rein die ira guckt sich hin und total verwundert um bei uns so meine fresse haben die für andere hobbys ungefähr ne und jetzt kommt das Eisen raus, gut das Eisen, ich muss auch gucken, ob das da auch rein geht wie sieht das mit Gold aus, bist du noch oben, ne ne, ok, sehe ich gerade, bist nicht da oh, hier fallen die Klamotten raus, oh, 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 ok, gut, dass ich das gerade sehe alles schnell reinpumpen, verbrennen weg, 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 oh, brennt Platz mehr na toll genau, verbrenn erstmal den Scheiß weil, äh, weil du diese ganzen Werkzeuge hier oben hin pumpst und jede von diesen, diese Holzwerkzeuge, weißt du ach, ne, ja und jede von diesen Werkzeugen nimmt ja ein Platz im Inventar ein ja, klar und deshalb, äh, füllt mir das die Kiste unheimlich schnell auf und jetzt habe ich die ganze Kiste voll von den Scheißen und das hat schon hier rausgefallen alles ich habe die Generatoren jetzt wieder angemacht allerdings ist auch der, äh, Reaktor voll aber, ich lasse mal an, lasse mal verbrennen da den Scheiß jetzt habe ich hier so einen Scheiß in der Hand naja, lasse mal machen kann ja alles verbrennen, macht ja nichts kostet das gleiche wobei, äh, das ja auch nicht verkehrt ist, wenn die Zellen verbraucht werden so dann machen wir uns noch ein paar Heat Kondaktor 13, mh, schöne Zahl 13 ist ja der Zahl, ja ich weiß noch nicht, wie viel wir davon brauchen wir lassen das erstmal so so, wir haben ich brauche auf jeden Fall Goldwasserleitung also Goldfluid Pipes haben wir sowas überhaupt? ja 48, okay schon mal nicht schlecht was ist das denn hier für eine? Voidfluid Pipe warum auch immer er die gemacht hat äh man braucht alles wie sieht das mit Redstone Blöcke aus? Redstone ist, sind zwei Reihen hier drin sind noch vier Reihen frei okay also keine Blöcke normales Redstone alles, ne so ne Wasserpumpe die können wir unten im Keller legen ach die werde ich wahrscheinlich craften müssen, weil wir keine haben, wa? schätze ich mal ja dann Zombie Cop rein Pump sowas hier eh nicht gebrauchen Wassereimer haben wir irgendwo Wassereimer? wahrscheinlich nicht, ne aber wir haben Zahnrädchen was für eins brauchte ich dafür? Eisen haben wir ein Eisen Zahnrädchen ein oh zwei drei okay aber ich hab glas gecrafted hier das sind die normalen Tanks ja ein Wassereimer ein zwei drei wenns irgendwie unser Lager aussieht weil ich noch machen muss auch wenn es jetzt nicht schön ist ist egal ja ja Eisen werden jetzt als Dings gemacht und ist okay und alter, wenn wir keine Zingbaren gemacht hätten, ne Blöcke, ne alter das Ding wäre schon explodiert Leia ja das werden auch aber jetzt alles und schon wieder weniger Diamanten nützt alter der frisst die Diamanten der Kerl ich war nicht an den Diamanten dran du frisst die doch sprich sprich mit die Ira achso ok ich weiß nicht ob die Diamanten genommen hat kann ich dir nicht sagen kann ich dir nicht sagen ich weiß das auch nicht also ich war ich war nicht dran jetzt an den Diamanten also nicht seitdem du letztes Mal gemeckert hast mhm seitdem ich letztes Mal gemeckert habe ja das war ja ist ja noch nicht so lange her und davor da hatte ich die für die MFSU verbraucht das ist klar aber seitdem habe ich keine Diamanten mehr verbraucht und ehrlich gesagt habe ich sogar hinten noch wenn ich mich nicht irre ich guck mal kurz aber hier habe ich doch noch Diamanten Staub sogar für nächstes Mal 10 Diamanten Staub habe ich hier noch also das sind quasi auch 10 Diamanten hat er sich einen Ständer gebaut für sein Assi hör mal den habe ich den habe ich gekriegt ja Ständer baue ich nicht die kriege ich ne Stöckchen Stöckchen meine ich ich meine Stöckchen okay die Bräume wachsen das ist gut hab ich gleich wieder Holz ach jetzt kriegt sie mal was essen ich hoffe ja hier spawnt nix ne ehrlich inständig hoffe ich das ähm wie mach ich das wie mach ich das am dümmsten das Wasser das Wasser das Wasser lass ich hier hoch kommen ich stell mal wieder hier Kuchen nennen Kuchen ja Kuchen Eichen sollst du weichen Kuchen sollst du suchen war das nicht so ja dann such hin ich die hier wenn ich das hier was war eigentlich die Esel hast du das schon mal ausprobiert da du wolltest soll ich mal testen ach mit ähm man muss er da jetzt mit kommen mit mit Steuerung sollte ich das machen ne oder ja ja hat äh alles was wir bis jetzt ausprobieren ist aber dunkel draußen Arsch also die schwärter und und das wird und das macht man mit ner normalen Kiste ja ja da sind jetzt Viecher drin ey So Esel komm her hä ! Ah, ich kann jetzt nicht reingucken, weil der kein Dings hat. Der hat keinen Sattel, dummerweise. Hier, hier, der Esel hat einen Sattel. Ich habe aber keine Holzkiste mehr und hier ist kein... Was für eine Scheiße, ehrlich, ey. So ist das, wenn man keine Crafting... Na! Nein, ist der Roll. Das kann ich doch nichts für, das war das scheiß Gras schuld. So, Esel, Esel mit... Du hast... Ja, besser, schneller. Oh, voll das fette Inventar, Alter. Geh mal, hol den Raum mal sitzen. Ne, ist mein Esel. Tüttüttü. Ne, wie hast du ein Problem, kann das sein? Also, guck mal, wie urig die Kisten aussehen, ne? Ja, das sieht voll sweet aus. Die Frage ist, kann man die auch am Pferd dran machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß doch. Kannst du mal versuchen, aber ich glaube nicht. Sollte auch gehen. Sollte auch gehen. So, ich muss weiterarbeiten. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Warum mach ich die Tür auf? Ich hab so ein Jackpack. Pass mal auf, wir lassen das Wasser... Weil das ist ja nur Wasser. Lassen wir von hier kommen. Kannst du mal... Kannst du mal mit zwei Wassereimern zu mir kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Voll natürlich. Wo bist du denn? Unten im Keller. Ich auch. Jetzt hab ich schon wieder vergrößert. Ein Eimer hab ich schon mal hier. Ja. Und? Wir machen das... Hier kommt... Was hängt hin? Was hängt? Gibt es hier denn irgendwie einen Ausgang? Können wir das rausnehmen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Wenn ich mal Wasser holen kann. Also nur die Standardausgänge, die man so kennt. Ja, also Standard. Ich mach mal Standardausgang. What? Was denn? Das sind keine Viecher rein. Wasser. Wo wolltest du Wasser haben? Die Runden, ne? Ja, in dem Bassin, genau. Wir müssen uns ein bisschen Platz machen hier. Ich weiß nicht, was noch passiert. Aber für das Ding hab ich glaube hier. Also, wenn die Runden haben, die Runden hat. Dann die Runden hat ja auch nicht mehr Runden. Wir müssen also einen anderenen Herzen benutzen. Das ist ja auch nicht mehr. Da der Runden hat. Dann die Runden hat. Okay. Dann, die Runden hat ja auch. Wir müssen uns anpassen. Ja, wir müssen uns anpassen. Dann haben wir das mal. hier drei oder vier mal der teil wieder aufgefüllt und hab immer noch nicht alles weggekloppt diese spinne geht mir schon wieder auf keks ja wasser ist drinnen in den basen ich danke dir i thank you so much hauptsächlich meine diamanten diamanten was für diamanten die 30.000 geklaut hast ich war nicht ich wollte doch gar nicht nach oben scheißegal können ja auch kappel stone hinsetzen nach unten ist auch schon weiß nicht ob ich heute gehen soll aber erst morgen da können wir ja können wir ja zusammen hingehen im moment haben wir ja noch low stone oder brauchst du jetzt akut blowstone oder ich brauche auch kein akut siehst du bist noch da also den brauchen wir vor allem für advanced circuits und dafür geht er halt ganz gut drauf oder halt wenn wir mal wenn wir mal schöne lampen machen wollen dann ja auch weil ich will ja so eine schöne bahnhof kräften kräften ja bahnhof kräften ja bahnkräften also normal nicht so wie happy in gmod apropos happy soll ja schön gruschen bevor ich das vergesse euer dankeschön ja warte ich rufe dann sag danke ich muss den ganz schnell anrufen da wird der wahnsinnig so echt ja ja so nochmal ein checkpack komplett auf sicher ist sicher ne dann lassen wir den einfach hier pumpen so auf doof reicht erst mal ja das ist eine klasse halle hier unten da kann man einiges hinbauen ja das sieht als bei uns sieht das alles aus wie für ein arsch ehrlich ja das ist halt so gewachsen da machst du nix apropos wachsen meine bäume ist auch gleich fertig sein draußen wieder das heißt es gibt wieder holz jackpack habe ich nicht mehr unten gepackt so lass mal sehen das ding hier wer kommt in der kiste die will die will die will die will so einiges haben wer was auch das ist ja eigentlich quatsch wenn dann lasse ich ihr das von unten rein von unten kriegt sie den strom strom will die ja auch für mir gerade mal so ein ja ich bin jetzt erst mal weg ich habe mich einmal stück kuchen essen ja kuchen da ist ich problem mit so ist hat hier so scheiße finster was ist das für strom wo kommt der her warum wo geht der hin warum tut er das er 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 das ist völlig falsch statt will ich nicht haben als strom das ist doch essig das ist ja schon problem mir ist meine eigene stromleitung im weg das sei ja manchmal zum gelaufen jetzt muss ich die dinge auch mal sammeln die ganzen steine habe ich echt ein problem oder sollte auf jeden fall reichen dass wir strom kriegen dürfte wieder schöner verlust drin hängen aber ist egal strom hat er wir haben genug davon da habe ich ihn nicht mehr klar weiß ich werde mal jemand ja keine kiste mehr ist da weiß muss aber irgendwo das zeug rein pumpen das nützt alle nix kommen so nicht weiter dann machen wir dann kriegt das wasser halt von oben ist egal dann ist halt so wir müssen im endeffekt haben wir vier vier seiten die wir davon brauchen glaube ich es geht viel rein und viel raus so und da wird da wird da wird da wird so was raus am ende da brauchen wir auf jeden fall noch mehr von aber für den anfang soll 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 das reichen boah kollege schnürschuh kommt vom dach komm wo wisse ich bevor die mir noch völlig auf den sack geht aber weißt du was so kommst du auch immer zu zu bändern hierzu zu seide ja echt so fühlt sich die seide aus auf das hier und zwar einer aus holz da haben wir noch genau eine was genau bestimmt zu wenig ist was genau bestimmt zu wenig ist können wir direkt verbraten können wir auch noch direkt ein paar davon machen so und für die pipe brauchen wir da haben wir eine goldene auch wieder glas und gold vornehmen tappen die wir nicht brauchen die schicken wir wieder weg dann ist das schon in ordnung und da bleibt dann noch etwas über einiges ich muss hier frei werden jetzt gibt das ärger jetzt gibt das ärger alter sowas von das ist auf jeden fall genug da kann der christ sich nicht beschweren also wir brauchen ja noch welche aus holz die ein oder andere ach so viel brauchen wir davon ja auch nicht na quatsch falsch da machen wir kaktus reicht so haben wir jetzt gucken wir mal wo uns den scheiß hinstellen machen wir so 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 und so sieht gut aus ja ein bisschen lassen so ein bisschen platz lassen ein bisschen platz ist nie verkehrt hinterher bist du froh dass du ihn hast ich hoffe drei kisten reichen jetzt für steine ich habe da hinten auch zwei kisten ja ich finde mich schon selber nicht mehr zurecht hier in unseren gefilten es wird immer weiter und größer und abgedreht du kommst zurecht bald müssen wir schilder machen schilder ja ja ich weiß wieder mein gedanken wir haben so viele gänge nach unten wir haben eigentlich schon zu viele gänge gefunden das sollte schon mal funktionieren hoffe ich ja guck und das ist aller feinste qualitätsmäßig hochwertigste scharfe scharfe ja wollte nur sagen ja ich habe doch gesagt da sind ein oder andere scharf ist warum hat das ding hier keinen strom da habe ich dir doch gesagt dass der strom da ab ist ja dann brauchst du auch wieder strom ja kannst du mal machen da tut mir leid 1 2 3 4 5 6 ich bin so extrem sorry for you aber da ist doch kein loch oder was nee aber der gatter ist überfüllt ich habe die ja ich habe die aber nicht mehr gefüttert du kannst auch ein paar schlachten wenn du bock hast wenn wenn irgendwelche farben zu viel da sind dann machst du platt und fertig ja stimmt es nicht die braunen halten ab und braunen haben wir echt wenig braunen haben wir überhaupt braunen ja ja braunen orange einfach so also wirkliche braunen haben wir glaube ich nicht ne wirkliche braunen nicht alter was ist hier los das musst du sehen alter trom alter ist nicht normal wir gucken mal was der chris an lapis im angebot hat hier das weiß ich gar nicht oh ja klauen wir ein bisschen was von und den einen oder anderen stack hast du noch was hat überhaupt noch was so ja ein bisschen also zeug musste eh zum größten teil immer maserieren deshalb maseriere ich jetzt erstmal schön warte 3 könnten wir echt noch gebrauchen oh hier der kompressor der braucht jetzt keine updates oh gibt gas junge hacken gras ja guck mal so läuft das schon besser so bin wieder da ja war dein handy aller hast du gesagt guckst du mit handy ach Rami bestimmt das ist ja keine grafikkarte wie soll ich das gucken das war jetzt fies ey es stimmt da hast du ja recht da hab ich gar nicht dran gedacht dann guckt er 10 Minuten und da fängt der Rechner an zu brennen denn sein Rechner wird heißer als unsere Reaktoren das stimmt das ist mein Rechner wo ich heiße ah ne das stimmt ja gar nicht die Reaktoren sind noch dezent heißer die haben 192 Grad aber viel heißer sind die auch nicht ja wunderbar gucken ob ich das Ding heute noch zum Fliegen kriege wir haben ja schon wieder halb 9 ey weil ich bitte oder warte mal ne Moment ist ja falsch meine Uhr geht ja vor kann das sein es ist ja noch gar nicht halb 9 es ist ja halb 8 weil die hab ich nämlich noch nicht gestellt fällt mir grad mal ein Nuppi hm kannst du die Zeit verbleibende Zeit lesen vom Reaktor ja der linke 42 Minuten ich kann gar nichts lesen äh lock dich mal aus und wieder ein Alter da ist so ne komische Zahl alles da drauf ach endlich ist er weg ist er endlich weg der Pänger glück ey was senkt deine Ruhe ah ja jetzt kann ich sehen da ist der O-Rektor an wow extra viel doofe ey ah schön ne schöne große Displays hör mal da brauchst du schon immer ne Brille um die abzulesen ja ich hätte gerade alles gebraucht weil ich könnte ja ganz echt nichts lesen die Zahl unten war so verpackt Alter war echt Hammer ach Alter jetzt fällt mir grad was ein was aus aus jetzt fällt mir gerade mal konkret ein was ich ja vergessen hab was denn Notaus nein was denn dass die Reaktoren ab dass die Reaktoren abschalten wenn der Strom voll ist ach jo den hab ich ja gar nicht eingebaut ich bin so ein Horst Horst Alter Horst und warum warum ist das alles passiert weißt du warum jetzt musst du nachdenken ne weil die Fanny nicht da war da war zum aufpassen ja genau deshalb hast du ein Bot drin also 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 wer ist schuld Fanny ja genau Fanny ist schuld äh sag mal äh Rammstein wie hast du ein Bot drin äh ich weiß nicht was du gerade meinst so äh warte mal wenn ich das so mach kann man das besser lesen äh Emmet if full so und wir ermitten wenn full ist hier rot äh wie auch immer wir da hinkommen werden das ist noch nicht ganz klar das ist leider noch nicht ganz klar wie wir da hinkommen boah ey ich muss die Süßkeit weg tun ey werd mal nur fetter ey erst mal will ich hübsche Steine haben ja boah ne so wenn ich hier hochgehe warte mal Benni nein was meinst du mit hast du ein Bot drinne heiße in MC Benni alle äh mh Bot MC äh keiner was meinst oh oh das geht nicht das ist zufährlich das ist zufährlich Auge 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 geht offline das heißt gleich schreit man ist das alles knapp hier wieder du man ist das wieder alles knapp hoffentlich habe ich mich jetzt nicht ver crafted ne der geht da dran das ist richtig das wäre nichts neu bei dir das passt schon neun wird wahrscheinlich nicht reichen oh 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bis die Wand an ging genau auf boah ne ne so so und jetzt können wir die Reaktoren auch wieder ich habe mich die ganze Zeit gewundert ich denke ja irgendwann müssten sie jetzt eigentlich auch mal ausgehen aber die konnten gar nicht ausgehen würde ich sagen ist echt umgelaufen ne aber das dauert jetzt wahrscheinlich einen Moment bis sie die voll haben wieder ja ist klar obwohl naja sag mal mein mein mit Energie läuft ja auch hier das müsste eigentlich alles nach oben dass er das als nächste zieht und nicht die schöne Kohle dass er erstmal wieder die Kiste leer macht hier oh hier stirbt was ja warte hier stirbt was kann man das nicht naja obwohl die liegen da eigentlich gut als nächstes wahrscheinlich hat er die ganze Kohle da drin gerade da hat er auch noch viel Kohle im Zulauf hast du Kohle? bitte weiß mit Kohle brauchst du wieder Kohle? nee aber ja ist jetzt nicht so super wichtig ich mach das jetzt mal eben hier so dass er die Kohle möglichst da einfügt ich weiß nicht ob das funktioniert weil er die ja doch müsste eigentlich weil ich hab einfach die Kohle gestorbt das kann er machen gut das kann er machen guck mal ist gar nicht mehr so viel dann hat er das geschafft da können wir mal gucken dann müsste das auch wieder funktionieren dass die Reaktoren ausgehen powern hier die ganze Zeit 220 EU raus für nix weißt du? ja ja 240 ja das ist scheiße für nüsse ja da mein ich ja das ist scheiße na gut umso schneller kommen wir an unser Plutonium aber muss aber nicht sein oder? alter irgendwas nimmt gerade richtig Energie auf hier saugst du da hinten Energie ab? mh gerade nicht nein was frisst denn da so viel Energie? weil mein oder oder der hat die schon ausgemacht nee meine Motoren sind gerade aus? ah ja er schaltet die schon aus ich sehe es gerade also ok das ist der der gibt schon Signal aus obwohl die noch gar nicht ganz voll sind weißt du? man gibt ja trotzdem schon Signal aus ist ja ok ja ja hast du keinen Verlust? der lädt die nicht bis bis randvoll sag ich mal so und hier machen wir uns nur so ein bisschen ja vor allen Dingen ich sag mal du hast wir haben ja noch die Öfen auch noch die Energie bringen ne? boah alter so der verbrennt jetzt erstmal hier jetzt können wir mal das Ding ein bisschen weiter basteln mal gucken ähm da ist ja gut die Öfen verbrennen auch nicht wieder alles also da schiebe ich auch erstmal echt keine Rotkohle mehr hin weil die haben so viel Energie noch wir haben vier Hedgehammer gemacht das ist auch gut denn drei davon werde ich bestimmt verwenden so jetzt muss ich überlegen ach guck mal ist doch genial hier kann ich den Strom wieder anklemmen für die Dinger okay ist doch perfekt dann habe ich da schon wieder hier den Strom für die äh der Affe sofort an eine kommt da hin eine höchste Energieleitung auch haben wir auch keine mehr brauchen wir mal wieder machen hier anklemmen ein Block das ist aber ein bisschen wenig das heißt ich nehme den hier weg nehme den hier weg nehme den hier weg äh warum verbindet der sich denn nicht ach so der ist noch nicht fertig naja gut da ist ein Block das heißt der ist da der ist da ich hoffe das funktioniert so was scheiße ja so die Schafe werden jetzt auch wieder geschoren hey brauchst du noch nicht ja klar alter ich hab den Strom schon hin jetzt hab ich mit Katze da wir machen mal die Tür auf ja so oft dann machen wir hätten wir eigentlich auch da anders machen können mach ich auch oh ich weiß nicht ob ich die so abbauen darf die darf ich wohl so abbauen oder ich mach es jetzt einfach wahrscheinlich geht er kaputt wieder nicht und den machen wir da hin und so ja und hier machen wir uns ein da hin und ein da hin machen wir schon zu oben können wir auch schon zu machen nicht das ist schon wieder so eine Kackspinne hinter mir her ey komm kollega hier bin ich hier bin ich ich weiß auch nicht was der Freddy mit bot meint ich auch nicht nehmen wir so lange den hier das schafft er unterher da das schafft er unterher da so sieht's aus das dumme an dem Teil ist ja ich kenn mich noch nicht so sehr damit aus und ähm machst du was falsch kann das Ding ziemlich schnell warm werden ja das haben wir festgestellt ne äh äh ne den hab ich äh mit dir zusammen noch gar nicht gebaut achso ich dachte den der bei uns da peng gemacht hat ne das war ja ne andere Thema Alter hier sind Rohr runter ja ich weiß gar nicht mehr was welchen Rohr hier was ist echt echt schon Bunky ey ach guck mal hier kommt Woller an ey alter achso hast du wieder angemacht ne leck mich am Arsch was nenn ich Woller irgendwie fehlt mir jetzt noch ein Hedge hä sehr schön ach hier ja gut dann Woller kommt ich nicht zufrieden ich glaub die Gläserfoller ist noch nicht einsortiert glaube ich tadaaa so unser neuer nuklearreaktor steht echt Wollst du dir mal angucken ja klar wo ist denn jetzt der Eingang hier aber warum der sich jetzt nicht verbunden hat das will sich mir noch nicht ganz erklären hab ich da ne der verbindet sich nicht dann ist das äh falsch da ist ja auch ne äh Zugriffsluke ne ja ja äh dann war da doch was anderes jetzt sind alles Zugrifflu also 229 muss ich noch mal gucken warte mal äh Reaktor war das ne Fluidport ach ein Fluidport hätt ich machen müssen na siehst du das war der Fehler ah siehst du äh Universal Fluid Cell der ist auch echt bombensicher Glasplane ja nicht wirklich Retzlohnanschluss ja doch der hab ich schon mal getestet sogar mit dem Nuke hey der hätt sogar ne Nuke aus Atombombe sagen wir der hätt sogar aus er da hat er nie betreut wer hat ihr mit er ist schon voll ja äpfel raus er rein da haben wir 5 und dann brauchen wir die nur drumherum pflanzen ne allerdings reicht das jetzt erstmal nicht mit 2 kommen wir da mal nicht aus drauf ich ich und ich 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 So, das reicht. Aha. Gut. Dann haben wir noch Zugriff-Hedges. Ach ne, du brauchst gar nicht weiter. Dann mach das noch nicht. Hä? So, dann ist da ja nichts drin. Haben wir nur von hier ein Hedge. Vielleicht... Jetzt haben wir Hedges über. Packen wir hier auch noch einen rein. Packen wir hier auch noch einen rein. So. Wunderbar. So ist besser. So ist besser. Ich weiß gar nicht, ob das rausgepumpt werden musste. Ich weiß gar nicht mehr, wie er das merkt, ob das ein Eingang oder ein Ausgang ist. Ah. Ah. Insert a fluid. Eject to upgrade. Okay. Fluid. Oh. Das hier. Motor und Zinn rum rum. Das ist gut. Nein. Ähm. Ähm. Ah. Geht. Wir haben auch noch blanke Käbel. so schön, ne? Dann gib mal ein paar, was das Inventar hergibt. Gut. Dann kann er gleich ein paar neue machen. Ähm. Und Deck. Eins. Weg. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Wo ist er? Äh. Äh. Ah. Schön. So. Das heißt, unser Ausgang geht der hier. Das wird unser Ausgang. Ja. Und jetzt kommt wieder so ein Moment, wo ich nicht genau weiß, äh wie. je. Das muss auf jeden Fall in die Dinger. Okay. Ne. So wird der stehen müssen. Damit das nach dahin gibt. Und hier müssen die Dinger rein. Da werden wir noch ein paar von machen müssen. So. Der gibt da hin. Steering Generator. Kommt dann so da dran. Müsste funktionieren. Müsste. 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 Das wäre einmal. Zwei mal. Da kommt der hin. Dann lassen wir einen frei. Wobei, das Zeug muss ja auch wieder raus. also den strom nehmen wir uns von unten drunter ab das heißt da na sicher Vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob das genug Platz ist dazwischen. Vielleicht lasse ich doch noch besser einen Platz mehr dazwischen. Damit ich da zumindest mich bewegen kann. So, die Dinger gehen jetzt nicht wieder im Arsch. Und Hauptsache der Feld, ah ne, den können wir ja stehen lassen. So, dann lassen wir zwei dazwischen Platz. So, eins, zwei, den stellen wir da hin, den stellen wir da hin. Eins, zwei, den hier hin, den da hin. Wir müssen da doch wieder rauspumpen. Das nützt alle nichts. Und da bin ich im Moment noch überhaupt nicht sicher, wohin. Und wie? Wie und wohin? Aber ich werde mir jetzt gleich mal kurz sowieso... Oh, guck mal, der ist schon fast voll hier. Das ist gut. Eine kleine Auszeit nehmen. Kleine Auszeit? Ja. So ein paar Minütchen. Eine Viertelstunde, 20 Minuten werde ich dann wieder da sein, denke ich mal. Ja, ist sogar kein Problem. Boah, da oben muss was drauf passieren, ey. Ich hab, äh... So, oben drauf muss was passieren, hä? Oh, ist besser. Wegen der Sicherheit. Was, Sicherheit? Ja, ein bisschen Licht drauf gemacht. Oh, Mann, das Ding in Betrieb nehmen. Das wird, äh, eine interessante Sache werden. Oh, oh, oh. Äh, bevor, bevor das Ding in Betrieb nimmt, äh, Speicherung machen. Ich glaub, ich werd das... Ich glaube... Was ist denn dahinter? Da muss doch irgendwas anderes kommen. Oh, dahinter ist die Farm. Ja, gut, da geht vielleicht ein bisschen was von der Farm drauf. Das ist mir aber auch egal. Das ist jetzt so. Da werd ich das... Da werd ich den Scheiß rauspumpen. Ich weiß gar nicht, ob der dat von alleine pumpt, oder ob ich dat von Hand pumpen muss. Ich glaub, der pumpt alleine. Ich bin mal jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich hab dat Ding noch nie gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob du dat glaubst, dat macht ja keinen Unterschied. Ja, deswegen, ja. Aber die Farm ist direkt dahinter. Das ist ein bisschen schade. Aber dat ist jetzt halt so. Die muss da jetzt ein bisschen leiden. Oh, oh. Buddy ist los. Ah, die Farm will mich grad verarschen. Das ist los. Das muss auch weg. Nützt nix. Nein! Hört, hört. Was hast du gemacht? Verdammte Creeper. Ehrlich, ey. Hat halt Schaden gemacht. Ah, nur ein bisschen die Wand aufgerotzt. Hier geht noch. Hält sich in Grenzen. Wenn ich Pech hab, ist ne Maschine im Arsch gegangen. Das weiß ich noch nicht. Das ist genau der Grund, warum ich hier die Leitung unbedingt einpacken muss. Da muss noch ne zweite Wand gezogen werden. Sonst ist mir da zu gefährlich. Ach, scheiß Wasser. Lauf damit. Also Maschinen sind alle Heiler. Hier ist keine Maschine. Kaputt. Nein. Okay. Ich geh mal davon aus, dass das rausgepumpt werden muss. Aber dat werde ich gleich wissen, wenn ich wieder komm. Weil jetzt mal nehm ich mir mal kurz ne kleine Auszeit. Das heißt, 20 Minuten, ein halbes Stündchen bin ich wieder da. Ach, willst du das testen? Äh, ne. Nicht nur dat, aber ich werd mich auch noch mal kurz schlau machen gleich. Ach so. Alles klar, ich sag mal, bis später. Tschö. Tschö. Tschö.